Was machst du denn auf dem Tisch? Leute, ich wollte eigentlich ein Video machen. Wieso kommt hier ausgerechnet jetzt an? Der Zoo wieder, ne? Meine Follower. Wherever I go, they will follow me. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bauchhelf-Sendung. Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich habe mir gedacht, so nach dem letzten Video, das ich Disconnect genannt habe, wäre es passend eins zu machen, das Reconnect heißt. Mir sind ein paar sehr schöne Sachen passiert. Also eigentlich war es, bis es schön wurde, nicht schön. Aber an diesem Punkt bereue ich überhaupt gar nichts, weil ich weiß, dass ich alles richtig gemacht habe. Weil sonst hätte ich nicht an den Punkt kommen können, um wem ich jetzt bin. Und ich kann nach ganz langer Zeit endlich mal wieder sagen, dass ich mich frei fühle. Ich habe in den letzten Jahren, so seit 2018 eigentlich, nochmal ganz deutlich mir gezeigt, warum es nicht gut ist, irgendetwas wichtiger werden zu lassen, als alles andere. Und das sind alles so Punkte, an denen ich 2017 schon mal war. Ich habe 2017 ein so entspanntes und sorgenfreies und glückliches Jahr erlebt. Ich habe ein Glücksgefühl gehabt, das sich über neun Monate gezogen hat. Neun Monate ohne eine Sekunde, in der ich keinen Grund zum Grinsen hatte, in denen ich jede Nacht mit einem dicken Grinsen ins Bett gegangen bin, glücklich eingeschlafen bin und mich auf den nächsten Tag gefreut habe. Kai, bleibst du bitte aus dem Wohnzimmer raus? Dankeschön, du guckst mir der mit dem Boden voll. Der Hahn, der Hahn heißt Kai. Der Kai-Hahn. Für die Insider, die jetzt wissen. Ich grüße dich, Bruder. Ich hätte dich echt gern hier gehabt. Aber vielleicht ergibt sich ja jetzt irgendwo was anderes. Und das ist so ein bisschen das, worüber ich eigentlich gerade mal so reden wollte. Ich habe mich wieder, ich habe mich endlich wiedergefunden. Mit so einem dicken... Oh Mann! Wo bist du nur die ganze Zeit gewesen? Ja, kann ich aber ganz genau sagen. Weil ich bin nicht nur die letzten fünf Jahre halt eben durch diese Lektion gegangen, sondern das zum Glück so wach und aufmerksam... Sagen wir mal wie in einem liziden Traum. Ich bin durch alle möglichen Dramen gegangen, die ich mir selber geschaffen habe, dadurch, dass ich mich in Abhängigkeiten begeben habe. Was dann letztendlich hier auf dieser Finke darin gegipfelt hat, dass ich mich tatsächlich von einer einzelnen Person wieder abhängig gemacht habe. Also... Das konnte und durfte so nicht funktionieren. Ich habe halt einfach gesehen, wie mir dadurch, dass ich abhängig war, automatisch... ...kompatible... ...Gedanken und Gefühle halt eben auch gekommen sind. Nämlich zum Beispiel, also das, was sich am meisten gezeigt hat, das war... ...das ständig irgendwas fehlte. Mir fehlte ständig irgendwas. Als erstes, also das fing halt im Prinzip, fing die ganze Schose 2018 mit der Becker-Finker an. Da war es dann auf einmal so, dass wieder was wichtig in meinem Leben war. Ich wusste, das war eine große Sache und ich wusste um das Potenzial dieser Sache. Und ich wusste, was man damit machen kann. Aber statt cool zu bleiben, bin ich... Ja, ich habe das Vertrauen verloren. Ich habe das Vertrauen verloren. Weil ich Leute um mich herum hatte... ...die das nicht gesehen haben. ...die ganz andere Sachen, ganz anderes Potenzial in der Becker-Finker gesehen haben. Nämlich damit berühmt zu werden oder sonst irgendwas. Ja, und die mir dann im Prinzip da einfach in die Beine gegrätscht sind. Und ich habe mir in die Beine grätschen lassen. Also das Problem ist nicht, dass die mir in die Beine grätschen sind. Sondern, dass ich mich davon habe aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Wäre ich konzentrierter gewesen, wäre das nicht passiert. Aber das ist halt eben genau der Einstieg in diese Lektion gewesen. Um konzentrierter zu werden. Um nochmal ganz genau mir anzugucken, wo genau drauf ich achten muss. Damit das nicht nochmal passiert. Und auf dem Weg habe ich tatsächlich Themen dann auch noch bearbeiten dürfen und können. Die unter dem ganzen Glück, was ich 2017 so empfunden habe, verborgen waren. Die ich noch nicht bearbeitet hatte. Deswegen das Glück halt eben so lange auch noch nicht dann weiter anhalten konnte. Aber so lange durfte. Da bin ich sehr dankbar für. Aber halt eben nicht konnte, weil ich noch nicht fertig war. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon fertig bin. Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass ich jetzt wieder ein langes Glücksgefühl erlebe. Eine schöne rosige Zeit. Ich will jetzt gar nicht mal von einer goldenen Zeit reden. Aber erstmal wieder eine rosige Zeit. Aber ich bin irgendwie gefasster darauf, dass auch diese Welle dann irgendwann wieder brechen kann und runter geht. So wie das halt eben dann 2017, 2018 auch irgendwann passiert ist. So und dann werde ich wahrscheinlich wieder für die Zeit, die ich brauche, um diese Lektion zu lernen, die nächste Lektion angehen. Und dann wird wahrscheinlich wieder viel Mö, 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 Mö. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schaffe ich es das nächste Mal, meine wichtigen Lektionen dadurch auch einfach ein bisschen schneller und bewusster. Und effektiver hinter mich zu bringen und mit weniger Mimimi. Aber ich habe mich tatsächlich von einem Mimimi anstecken lassen, dass ich regelrecht fünf Jahre lang nicht greifen konnte. Bis mir vor ein paar Abenden, was passiert ist, wodurch sich für mich alles irgendwie wieder geändert hat. Und das hat damit zu tun, dass ich halt jetzt hier Ende April spätestens raus sein werde. Und auch das alles jetzt völlig in Frieden sehen kann. Ich bin dankbar für alles, was ich hier erleben durfte, auch wenn es die letzten sechs Monate eher unschön für mich war. Das hat aber alles, aus meiner jetzigen Perspektive, sag ich, musste so sein, weil sonst hätte ich nicht an den Punkt kommen können, an dem ich jetzt gerade bin, wo ich gelöst bin von allem Möglichen, was mir wieder wichtiger war als alles andere. Und nachdem ich es dann vorgestern oder so geschafft habe, mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass ich unter Umständen innerhalb der nächsten vier Wochen mich von meiner neu gewonnenen Familie wieder trennen muss. Und das hat mich in der letzten Woche zwei Tage gekostet, weil das so weh getan hat innerlich, weil das schon wieder dieser Trennungsschmerz war, dass mich das zwei Tage physisch umgehauen hat. Und jetzt ist das okay, weil ich zu einer Perspektive gefunden habe, die das okay für mich macht. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich jetzt hier weg muss und keine andere Finke habe, wo ich hin kann und die Katzen und meine Fische mitnehmen kann. Die Hühner sind Wildhühner, die nur Kai, was soll ich hier Kai mal, dass wir Kai sehen. Das ist ein bisschen schüchtern. Also man, eigentlich ist er überhaupt nicht so voll der Tyrann, der jagt hier die Katzen und die Hühner weg, wenn ich da vorne Mais hinschmeiße. Und hat mich auch einmal schon angegriffen. Ne, machen wir nicht mehr. Sonst gibt es kein Mais mehr. Ja, halt meine Family hier, die ich jetzt, ne, das, das, das war halt so, auch so ein, he, 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 der Tito ist tot. Boah, boah, was habe ich lange darunter gelitten, dass der Tito stumm ist. Meine Fresse. Ich will neun Monate nicht über den Tito reden, ohne anzufangen zu heulen. Und das ist jetzt fast drei Jahre her. Und ich kann mich immer noch, okay, jetzt sieht das unter und schon wieder alles völlig anders aus. Das sehe ich, ich muss jetzt alles nochmal voll neu anfangen zu, wie ist das denn jetzt, wie ist das denn jetzt? Habe ich mir gar nicht alles angucken können. Aber bis jetzt war es halt so, dass ich mich auf einen neuen Hund noch überhaupt gar nicht einlassen konnte. Weil ich Angst davor hatte, dass der dann auch wieder irgendwann weg ist. Und ich denselben Schmerz dann wieder erleben muss. Aber das Problem ist, wenn man Angst davor hat, wird man nie was erleben können. Wie will man denn was Schönes erleben können, wenn man Angst davor hat, dass es irgendwann vorbei ist? Man muss akzeptieren, dass es irgendwann vorbei ist. So wie das jetzt hier irgendwann vorbei ist und die Unis, die dann kann ich hier lassen. Die kommen allein parat, die brauchen mich nicht. Aber die Katzen müssen gefüttert werden, die Fische müssen gefüttert werden. Das Aquarium muss zwischendurch sauber gemacht werden und so hat alles. Die kann ich nicht einfach sich selber überlassen. Und ich wollte halt eben einfach nicht weggeben, weil es ist ja meine Familie gewesen nach Tito jetzt endlich wieder. Aber ich habe völlig vergessen, dass ich eigentlich auf diesem Planeten ständig umgeben bin von Familie. Das habe ich nicht mehr so wahrgenommen. Konnte ich nicht wahrnehmen, weil ja ständig was fehlte. Diese Sichtweisen sind nicht kompatibel, die kann man nicht gleichzeitig haben. Jetzt, wo ich auf einmal wieder in der anderen Schwiergung bin, kommen diese ganzen Sachen zurück. Und ich so, Alter, bist du bescheuert, Alter? Du hast da Bücher drüber geschrieben. Wie konntest du das vergessen? Nein, ich habe es nicht vergessen. Ich habe es halt nur eine Weile nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist halt eben auch sowas, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe in 2020 geschrieben, dass wir uns nur deswegen eigentlich nicht als perfekte Wesen sehen, weil wir das eben nicht tun, sondern ständig uns als mangelhaft und imperfekt sehen. Mit perfekt meine ich dabei nicht mit perfekt geschliffen, aber mit perfektem Potenzial. Und 2016, 2017, Anfang 2018 habe ich mich darin geübt, das so zu sehen. Mich als perfektes Potenzial wahrzunehmen. Ich fand mich cool. Ich habe mich geliebt. Ich war gut zu mir. Ich habe mir vertraut. Und das ist mir alles flirten gegangen. Dadurch, dass ich diesen Strategiewechsel gemacht habe, mich von anderen Menschen wieder abhängig gemacht habe und etwas, irgendwas, wieder für wichtiger gehalten habe als alles andere, das ist nicht Flowtology. Das ist nicht im Flow sein. Ich rede jetzt auch wieder hier mit mir, du Bauchy, Zukunftsbauchy. Vergiss es bitte nicht wieder. Das wäre echt nett. Wäre wirklich cool. Weil ich dir sonst all die Arschtritte verpassen muss an den Zehnfacher Schwindigkeit, die du dir jetzt in den letzten Tagen und Wochen von deinen Freunden geholt hast, die es absolut gut mit dir gemeint haben. Aber was hast du da noch wieder Mimimi gemacht? Brauchen wir nicht mehr, ne? Ja, aber das ist der Punkt. Ich bin wieder bei mir. Ich kann wieder mit mir reden. Und zwar so, dass ich auch in den Spiegel gucken kann. Das tut so gut auf einmal wieder mit einem, so, mit so einem Gefühl schlafen zu gehen, sich auf den nächsten Tag zu freuen. Dann auf einmal auch wieder nur ein paar Stunden Schlaf zu brauchen und dann so, ey, let's go, lass uns was aus dem Tag machen. Ja, und stattdessen habe ich mich halt die ganze Zeit wegen irgendwas schlecht gefühlt. Es hat nicht nur ständig irgendwas gefehlt. Ein Zuhause, meine Mobilität, dann irgendwann nach seinem Torte Tito. Eine Frau, Kinder, eine Familie, ein Zuhause, eine Frau. Ein Auto, eine Frau. Ein Job. Ne, das war eigentlich, das ging. Was das angeht, habe ich eigentlich in der letzten Zeit nicht wirklich... Also ich hatte eigentlich immer ausreichend Geld, um weiterzukommen. Nicht mehr, aber mehr braucht es schon nicht. Und was das angeht, muss ich jetzt auch einfach gucken, wie es weitergeht. Aber ich kann mir ja endlich wieder vertrauen. Und deswegen mache ich mir da gerade keine allzu großen Sorgen drüber. Vor zwei Abenden wollte ich ein Video anmachen. Ich glaube, ich habe das sogar angemacht. Aber das ist keine zehn Sekunden gelaufen, als mein Bauch sagte... Was denn? Soll ich was sagen? Gibst du mir ein paar Minuten noch, dann kriegst du mal was. Ja? Ich komme das auf dich zurück. Und dann sagte mein Bauch, mach mal das Video aus und mach mal Open Office an. Ich habe was zu sagen. Und das war was, das hatte sich irgendwie einfach so ein paar Stunden vorher schon angebahnt. Ich habe ein paar Stunden vorher eine ganz bestimmte Entscheidung getroffen. Und dadurch endlich nochmal für mich selber Partei ergriffen. Statt die ganze Zeit für irgendwelche Dogmen und irgendwelchen Blödsinn in meinem Kopf. Und dann habe ich Open Office aufgemacht. Und dann sprudelten zwei Kapitel, 25 Seiten eines neuen Buches aus mir heraus. Und ich hatte endlich nochmal, ich habe ja seit 2015, also seit ich 2020 geschrieben habe, noch etliche Bücher rausgebracht. Aber bei allen dieser Bücher fehlte mir irgendwie das Gefühl, dass ich beim Schreiben von 2020 hatte. Hier stand gerade 21, 21, lustig. Nämlich, dass ich dieses Buch eigentlich gar nicht schreibe, sondern meine Hände zur Verfügung stelle und die Ehre habe, der erste Leser zu sein. Und ich wusste auch, dass egal für wen dieses Buch 2020 noch eventuell wichtig ist, aber das hier, das schreibe ich gerade, weil mir genau das die letzten Jahre gefehlt hat. Und all das, das hatte ich bei 2020 auch. Dieses, oh, und das lief einfach. Ich musste nicht eine Sekunde nachdenken, worüber ich schreibe, weil alles klar aus meinem Bauch rauskam. Weil ich das ja alles erlebt habe. Ich weiß ja, wovon ich schreibe, es ist ja nichts. Ich habe es ja alles beobachten können. Und dieses neue Buch ist kein Roman, sondern ist im Prinzip, ich bin die ganze Zeit gefragt worden, ey Bauchy, schreib doch mal deine Geschichte auf, schreib doch mal deine Memoiren, schreib mal, über dich müsste man eigentlich einen Film machen, bla bla bla. Also, das ist meine Geschichte. Konzentriert ihr euch auf eure. Und ich habe halt eben in dem Buch, und ihr werdet wieder lesen, dass es einfach auch aus dem Bauch rauskommt, weil es wieder keinen Konventionen entspricht. Das ist auch nicht für, es ist, es wird wahrscheinlich wieder kein Spiegel-Bestseller werden oder sonst irgendwas, aber darum geht es mir auch nie. Mir geht es darum, mit meiner Lektüre die zu erreichen, die sich darin wiederfinden. Und wenn mir nicht gefällt, der wird es nicht lesen, der wird sich auch nichts rausholen können, aber ich schreibe es eher für all die anderen. Vor allen Dingen eben für mich. Und ich weiß ganz genau, mit jedem einzelnen Wort, was ich mir da rausholen kann. Ja, und dieses Buch werde ich jetzt einfach mal so weiterschreiben. Weiterschreiben, aber heute, jetzt gleich, wenn ich dieses Video ausmache, werde ich was anfangen, wovon ich schon seit drei Monaten sage, dass ich das gerne machen würde. Und die ganze Zeit ist irgendetwas anderes wichtiger. Und ich komme nicht dazu. Ich habe seit drei Monaten Subnautica Below Zero auf meinem Spielrechner und rede seit drei Monaten davon, dass ich mir dafür demnächst gerne mal ein Wochenende Zeit nehmen möchte, um da reinzutauern. Dive into it. Weil das Subnautica, wer es nicht kennt, tippt mal bei YouTube Subnautica, einer wisst ihr Bescheid. Das ist unter Wasser. Jetzt hat mich die Katie auch noch gebeten, ob ich ihr nicht ein Bild schicken kann. Also eins von meinen Bildern, was ein bisschen mehr aquaristisch ist. Und weil ich da jetzt nicht wirklich eins habe, was ich schon gemalt habe, was dem entspricht, was mir dabei so durch den Kopf geht, habe ich das einfach als Auftrag angenommen und werde der Katie nächste Woche ein aquaristisches Bild malen. Und die beste Vorbereitung, die ich für diese Arbeit haben kann, ist vorher mal ein Wochenende im Subnautica Below Zero zu verbringen. Und mir damit selber mal den Gefallen zu tun, mir gerade die Freiheit zu nehmen, das zu tun, was ich offensichtlich seit drei Monaten total gerne machen möchte und mir die Freiheit aber nicht nehme, weil ständig irgendwas anderes wichtiger ist. Und heute nehme ich mir die Freiheit, mal alles andere in seinen Lauf laufen zu lassen, mal nicht mehr dem Gefühl hinterher zu laufen, etwas tun zu müssen, um irgendetwas zu bewerkstelligen, sondern endlich wieder im Vertrauen zu sein, Gott hat mir das gefehlt, in mich und das Universum und alles um mich herum, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Und das jetzt mal auf ein Wochenende auch einfach nicht. Nein, ich werde nicht. Dieses Wochenende wird ein gutes Tai-Chi-Training sein. Dieses Spielen ist für mich in dem Moment, ich spiele anders als die meisten anderen. Die, die meine Bücher kennen, wissen das. Für mich ist das Spielen auf dem Computer reines Training für dieses Spiel. Da kann ich Sachen machen, die ich hier gerade nicht kann. Ich kann hier jetzt gerade nicht ein Wochenende lang tauchen gehen und mich unter Wasser bewegen. Um ein ganz bestimmtes Bild malen zu können, dass ich der Katie so gerne malen möchte. Einfach, weil ich die Katie so lieb habe und die das verdient hat. Wenn die schon ein Bild von mir haben, will mir einen speziellen Wunsch auch reinzubekommen, dass das auch wert ist. So, und ne, gerade Katie und Aigi sind zwei, wenn ich die nicht hätte, wäre ich nicht hier gerade. Hör mal Kai, ey, jetzt aber im Ernst, runter von dem Tisch. Ich glaube, es hackt. Was sind das denn jetzt für Manieren? Hoppa. Ja. Kai meint, Video ist lang genug jetzt. Ich muss mal Mais werfen gehen. Ich komme ja. Ja. Eine weitere Freiheit, die ich mir jetzt rausgenommen habe, ist, was mir einfach unheimlich schwer fällt, bei all dem, was ich jetzt gerade so, auch noch parallel aufzuhören zu rauchen. Ich habe es letztes Jahr schon mal gemacht, das ist mir wesentlich leichter gefallen, weil ich da in dem Moment nicht so viel zu bearbeiten hatte. Weil ich da schon relativ im Kopf so auch hatte. Bis ich dann nach hier kam und ich nochmal tief reintauchen durfte. So. Und da habe ich mir auch gestern gesagt, vorgestern gesagt, das war diese Entscheidung, die ich gesagt habe, wo ich jetzt gesagt habe, Alter, jetzt, dann lass es doch jetzt. Dann, du rauchst jetzt seit 20 Jahren, dann kommt es jetzt auf einen Monat oder so auch nicht an. Aber das, dann rauch halt jetzt, wenn dir dann der Rest leichter fällt, dich darauf zu konzentrieren, mal eins nach dem anderen. Und nicht alles auf einmal. Bring wieder Ruhe in dein Leben. So, ich weiß, ich werde nicht mehr lange rauchen. Aber jetzt, Moment, bin ich gerade nochmal Raucher. das hat mich auch total im Kopf gefickt. Ich wusste, ja, ich wusste, ich kann aufhören. Rein theoretisch habe ich auch das Potenzial. Aber jetzt, gerade in diesem Moment, fällt es mir einfach unheimlich schwer. Und deswegen, Koray, solltest du das hier mitbekommen. Ich habe dein Päckchen gestern bekommen mit Ciao. Aber ich habe es noch nicht getrunken, weil ich noch rauche. Und das für mich so, im Moment zumindest, noch nicht kompatibel sich anfühlt. Trotzdem, Avatara, wenn du das sehen solltest, ich ernähre mich weiter gesund. Und den ganzen anderen Rest, den ich von dir und Tim gelernt habe und Yusha, setze ich weiter um. Boah, ich habe mir gestern so eine fucking geile Soße gemacht. Mittlerweile habe ich es raus. Mittlerweile habe ich, yeah, so, bin ich froh, dass ich bei euch schon mal ganz neu kochen gelernt habe. Und auch die ganzen anderen Sachen, die ich von euch gelernt habe, die kann ich gerade mit Links umsetzen. Im Moment sein, mit mir selbst im Frieden sein, dankbar atmen und das hier und jetzt genießen. und mich frei fühlen. Keine Sorgen mehr machen, wie das jetzt hier weitergeht. Es wird weitergehen. Und das Universum ist nicht das, was mich die ganze Zeit fickt. Das ist mein Kopf, da bin ich. und wenn ich das jetzt mal wieder sein lasse, er wird das wieder so laufen, wie ich das vorher kannte. Nur, glaube ich, diesmal auf einem völlig anderen Level. Mit noch viel mehr Bewusstheit, als ich damals hatte. und damit, danke, Avatara, heiler. Das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an, sich mal gerade wieder heil zu fühlen. in Ordnung. Fuck yeah! Genau so! Ne? Ich glaube, der will einfach nur sein scheiß Mais haben. Tschüss mit F! Macht's gut! Bleibt auf Sendung! Ne, ich bleib auf Sendung. Ich werde jetzt wieder öfter Videos machen. Und dann werde ich euch ja, das war jetzt einfach mal wieder so. Ne? Ich gehe den Hahn füttern. ich sag doch der ist ein arsch hier videobeweis macht man das so der kai macht das so und